Die Legende erzählt, dass es im Schloss von Conterville spukt. Das Gespenst Alineau und ihr Diener Guilherme vertreiben jeden neuen Bewohner. Ziemlich hartnäckiger Jahrgang. Herr, lass sofort alle mein Schloss! Seit Jahrhunderten. Hey, aua! Bis zu jenem Tag, an dem... Willkommen bei uns. Wie gefällt es euch? Richtig genial. ...eine neue Familie. Plan des Schlosses. Das Schicksal des Gespenstes vielleicht verändern wird. Ich will wieder nach Hause. Das hier ist unser Zuhause. Ihre Seelen werden verpaulen in den tiefen... Wir hätten gerne ein bisschen Privatsphäre. Das ist ein privates Gespräch. Pardon? Und noch was, Sie riechen schrecklich aus dem Mund. Ihr Mundgeruch ist unertreiflich. Keiner macht sich lustig. Was ist los? Geringt es mir nicht mehr, Schrecken zu verbreiten? Alle Babysitter legen auf, wenn sie die Adresse hören. Haben Sie schon was vor? Aus hier! Ich zeige Ihnen, wie man Schrecken verbreitet und dafür vertreiben Sie uns. Das Spiel hat gerade erst begonnen. Was für eine Absurdität. Weg hier! Die Familie de Conterville! Eins, zwei und... Das Gespenst von Conterville Mehr Leidenschaft! Es muss aus dem Bauch kommen! Aus dem Bauch! Glaubhafter! Eins, zwei und... Eins, zwei und... Das Gespenst von Conterville! Das Gespenst von Contern